Hallo miteinander! Heute gibt es hier auf meinem Kanal mal ein kleines Balkon-Makeover. Es wird langsam Frühling und das ist doch die beste Zeit, ein bisschen etwas zu verändern. Erstmal gibt es aber eine schöne Runde Frühjahrsputz auf dem Balkon. Dann verlege ich Holzplatten auf dem Bogen. Ich finde das sieht gleich viel gemütlicher aus. Als nächstes hänge ich zwei Balkonkästen auf. Auf so einem Balkon ist ja nicht so viel Platz für Beete und Töpfe und da finde ich es ganz schön und praktisch, wenn man sich mit Balkonkästen ein bisschen mehr Platz für Pflanzen schafft. Damit man es abends im Sommer schön gemütlich auf dem Balkon hat, habe ich mir noch eine Lichterkette besorgt. Die wird mit Solarenergie betrieben. Hoffen wir also auf einen schönen Sonnensommer, damit unser Balkon jeden Abend schön leuchtet. Ich mag Konservendosen sehr vom Aussehen und daher wollte ich gerne daraus etwas basteln. Ihr braucht dafür gewaschene Konservendosen, Hammer und Nagel, Teelicht und Feuerzeug, Schnur und einen Akkuschrauber. Für die Aufhängung bohrt ihr am oberen Rand zwei Löcher gegenüber voneinander. Musik 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 Aus der kleinen Dose möchte ich ein Licht basteln. Dafür schlage ich mit dem Hammer und dem Nagel kleine Löcher in die Dose. Ich versuche eine Herzform zu schaffen. Dann fädel ich durch die kleine Dose die Schnur für die Aufhängung. In meine übrigen Dosen bohre ich nun unten Löcher hinein, denn ich möchte sie gerne bepflanzen und so kann das Wasser ablaufen. Dann befülle ich sie mit Erde und streue ein bisschen Blühwiesensamen hinein. Als nächstes befeuchte ich die Erde und putze so gleichzeitig die Dose mit der Sprühflasche. Als letztes kommt auch durch die Löcher der bepflanzten Dosen eine Schnur, um sie aufhängen zu können. Und dann kann man sich schon an ihren Platz hängen. Bis zum nächsten Mal. Es war zwar keine riesige Veränderung des Balkons, aber mir gefällt es. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Also dann, ciao! Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen.